und herzlich willkommen hier zurück zu assassin's creed syndicate wir sind ja eigentlich fehlen uns da noch einer forschung und entwicklung und der zimmer mit ausblick und dann haben wir nur noch die simpedianten die nebenbei glaube ich die überhand sogar haben gerade so wenn ich das richtig sehe aber der ist hier am nächsten dran deswegen wenn wir uns darum erst mal kümmern als quest land wird ab in lembert da ist sogar frachtdiebstahl noch das hat das hat das hat das hat das und tschüss auch kommt schon ist doch nicht hat wollt ihr denn hier eigentlich ich komme zur hilfe zack 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 wirst du die füße bluten sagt sagt na komm wir ignorieren es einfach auf geht's wir ignorieren es einfach Wollte eigentlich ganz witzig sein, aber nö, dann ignorieren wir es einfach. Wir müssen eh zu der Quest. Hau! Komm her, zack. 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 So. Eine. Entführen wir die Kutsche einfach. Scheiße, wenn man schon, ne? Komm schon. So ist's recht. Ruck, zu mir! Pistolen bereit machen? Ja! Ends up. So. Härter! So, meine Fresse. So. 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 Hallöchen. Ich musste nebenbei mal so ein bisschen was machen. Deswegen. Hallöchen. Ich weiß, hab jetzt gute sechs Minuten vergoldet, aber komm. Komm. Nimm. Ja, ja, ja. So. 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 Guten Tag Alter Guten Tag Fuck Entschuldigung Wir müssen den einfach nur ein bisschen befreien, anonym werden Schön am Rand stehen Befreien Und gut ist So einfach macht man das Man klaut die Kutsche Wird anonym Und befreit den Gefangenen Ach Wer ist das denn Also was wollen sie frei Warum glauben sie dass ich was von ihnen will Vielleicht habe ich sie aus reiner Herzensgüte gerettet Wurde ich sagen worum es geht Milner hat viel Fracht geladen Kümmern sie sich nur um den transfer Geben sie es ihnen Beeilung Mann Zack 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 Okay Auf jeden Fall Suchen wir hier schon mal schon mal nicht so lassen wir schon mal einen abkoppeln zack 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 schon mal den zweiten abkoppeln lassen zack 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 nächsten abkoppeln zack 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 ok zack 朝 zack 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 Nein, das ist doch den Scheiß mit Verstärkung. Okay. Nicht das, was ich suche. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Auch nicht das, was ich suche. So. Zack, 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 zack. in ordnung genau ihr wisst was zu tun ist so einfach geht das so einfach geht das in den leben so einfach die verbrennungskraft maschine das ende des pferdegespanns das ist wie ein blick in die zukunft und wie hoch ist der verkaufspreis für die zukunft meinen sie verkaufen sie nicht wollen sie sie etwa verschenken sie werden trotzdem bezahlt wer ist diese pearl überhaupt wie lange kennen sie sie wir sind geschäftspartner mehr müssen sie nicht wissen forschung und entwicklung beides geschafft und wir haben neuen stock durch von sir limes stock also den stock limes stock haben wir bekommen finde ich cool haben wir wieder eine waffe für ev was natürlich bei ihr ein bisschen klar ist dass sie schneller an waffen kommt dadurch dass sie ja eine waffe hat und jacob ja eigentlich zweifel benutzt beziehungsweise ich weiß gar nicht ob evie nen schlagring benutzt und kann man benutzen würde weil für jacob ist ja das guckt gleich hoffe ich habe es nicht zu doll übertrieben ein bisschen blatt gold hier und da eine eigene bau dort und wie gefallen dir die lampenschirme net kleines upgrade für den zug mal wieder ist das da das ist doch nicht das muss ich mir gleich mal angucken aber das kann doch nicht die flagge von kenway sein erst mal hier sagt einkommen sie sitzt hinten ja hier tatsache guck mal da kenways flagge souvenirs kenways piraten flagge wurde von edward kenway verwendet nachdem er im 18 jahrhundert die karibik aus dem griff der templar befreitest wie geil ist das denn wie mega das gefällt mir das gefällt mir mega also das finde ich richtig geil muss ich ganz ehrlich sagen so hier müsste nie irgendwo fehlt mir noch eins mal ganz doof genauer hingucken sie ist nur gerade nicht das natürlich doof ist weil mir fehlt hier auf jeden fall ein hier helix dings wird das noch dazu sehr sehr strange also hier fehlt mir auf jeden fall ein helix punkt wer weiß wer weiß machen wir mal schnell reise darüber also dieser eine helix punkt muss ich mal gucken wo ich den finden könnte aber jetzt habe ich keine lust da doof rumzusuchen mache ich später jetzt sammeln wir in dem bereich noch ein bisschen in na sag schon lämbert womit wir in lembo auch dings haben so also da vorne haben wir auf jeden fall schon mal ein dings deswegen todes sprung und platsch ich hätte gelacht wenn ich den verfehlt hätte so also wir müssen schätze ich mal von oh gott ja komm na komm junger zack erregt nächstes mal nicht so viel aufmerksamkeit zack hab 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 fällt mir gerade ein könnte ja mal wieder ein bisschen munition aufgebrauchen aber naja hab halt ziemlich viel rumgeballert so damit haben wir das schon mal gehen wir gleich so jepa den einen hole ich mir noch den einen prospekt da ja ich weiß dass er da unten ist hier unten in der gasse in der gasse hier einmal zack damit haben wir auch schon die vierte komm mir willst du nicht in die quere kommen kumpel denn so und damit würde ich sagen war es das auch schon für diese folge von assassin's creed syndicate ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaltet auch in der nächsten folge wieder ein wenn es dann weiter geht hier an dieser stelle a a a a a a a a Untertitelung des ZDF, 2020